Pferdehalter André, 30, hofft bei Bauer sucht Frau auf einen ersten Kuss mit Hofdame Sophie. Unpassender hätte der Moment für die 25-Jährige aber wohl kaum sein können. In der aktuellen Episode der RTL-Kuppelshow mit Inka Bause, 55, feiert der Friesländer Geburtstag. Am Abend kommen dafür extra alle seine Freunde vorbei, und die haben natürlich eine besondere Überraschung für den Gastgeber mitgebracht. Die Tradition besagt, als unverheirateter 30-Jähriger muss André fegen, nein, keine Krümel, sondern eine ganze Anhängerladung Kronkorken, die ihm seine Kumpels auf die Einfahrt gekippt haben. Sein einziges Hilfsmittel ist ein defekter Besen. Selbstverständlich gibt es für das Dilemma aber auch eine schnellere Lösung, der Kuss einer Jungfrau, oder halt eben von Sophie. Doch die ist von der Schnaps-Idee alles andere als begeistert. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der gerne vor anderen Leuten, die ich noch gar nicht kenne, jemanden küsst, stellt sie klar und lässt André damit eiskalt auflaufen. Besser noch, statt ihn zu erlösen, macht sie dem Hobby-Speedracer die Aufgabe sogar noch schwerer. Geburtstagskind André von Sophie enttäuscht, hat mich nicht unterstützt. Sophie lässt ihren potenziellen nächsten Partner kurzerhand noch ein paar Holzschuhe anziehen. Der Landwirt ist bedient. Die Sophie hat mich bei der Aktion nicht unterstützt, hält er enttäuscht fest. Insgeheim feiert er die Aktion aber. Ob er seine Hofdame doch noch für eine erlösende Zärtlichkeit erweichen kann? Im Einzelinterview mit der RTL-Crew hofft André darauf, an diesem Abend noch einen ersten Kuss abzugreifen. Romantik sieht definitiv anders aus. Irgendwann ergreift Sophie dann aber tatsächlich die Initiative und erbarmt sich für einen Mini-Schmatzer auf die Wange. Ein Anfang, zeigt sich der Landwirt anschließend versöhnlich. Immerhin hat die mühsame Fegerei nun endlich ein Ende.